Hier seht ihr ein Keramik-Fassungs-Set mit G9-Sockel. Hier der Schraubring, der Stein und die Isolierhaube. Der Stein wird in die Isolierhaube hineingesetzt. Anschließend kann man den Schraubring auf das Außengewinde raufdrehen. Um den Stein wieder aus der Isolierhaube zu lösen, muss man vorsichtig die Clip-Befestigungen an der Seite auseinanderziehen. Dabei muss man aufpassen, dass man diese nicht abbricht.